Willkommen zu einer neuen Folge von The Evil With Hinten. Neben mir der Daniel, Nilo, Horrorspiel und heute ist ein neuer Tag, neue Bullis, neuer Gesicht und wir zocken weiter. Das Kapitel haben wir ja gesagt, also es muss ja eigentlich irgendwann mal auch bald fertig werden. Ja, wir sind ja schon ziemlich weit, glaube ich, vorangeschritten. Ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Also mal gucken, wo hier was geht. Also hier war zielen, hier war wahrscheinlich, wenn das andere auch schießen. Wo waren hier? Ranschleichen war? Ähm, das war Rennen? Ähm, L1? Ich glaube eher, R1 war es, okay. R1, okay. Ja, ich muss da überpacken. Dann wollen wir hier rein. Okay, wir müssen unbedingt das nächste Mal unsere Taschen skillen, damit wir einfach mehr nehmen können. Ja, das heißt wir brauchen ein paar, da unten. Oh, hier holt man was. Wahrscheinlich eine Flasche oder sowas wieder. Ne. Oh, cool. Kartenfragment, sehr gut. Wir haben die Knarre geladen. Das heißt, wenn jetzt hier einer kommt, der fängt voll. L2 zielen und R2 war schieben. Oh mein Gott. Was denn, was denn, oh mein Gott. Gut so. Lasst euch bloß nicht stören. Ach, da, da, da. Die Fremse da. Tatsache. Vier Stück. Alter, halt's maul. Ich hab' nicht gesehen. Ich auch nicht. Er hat dich gesehen. Ah, ehrlich. Weißt du, was das ein Problem ist? Wo kann ich denn hier zielen? Hast du das gesehen, wo ich zielen kann? Ja, L2. Kopf muss schießen. Den Kopf muss schießen. Den Kopf muss schießen. Ja, gut. Da wäre gerade. Hast du eine Ahnung, wie man den Kopf schießt? Ja. Zielen. Nein. 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 Wie lebst du noch? Wie, ich lebe noch? Natürlich lebe ich noch. Ich bin ja auch, äh. Wo renne ich denn nochmal? Ich möchte. Oh, hier mal ducken. Oh, weia, 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 weia. Der rennt nicht so, wie ich will. Ähm, drück mal. Ich probier schon, alles zu drücken, was hier geht. L2? Ich probier schon. Hier, schießt er. Ich hab ja gedacht, wir wären tot jetzt. Nee, nee. Also das Problem ist ja immer noch hinter uns. Ja. Ich renne einfach. Also ich probier. Lauf doch, bitte. War aber wahrscheinlich am Limit, ne? Ja, das ist nicht mehr viel Lebensanzeige. Die ist ziemlich weit unten. Sind die noch hinter uns? Oh, ja. Party. Ist mir scheißegal, ich bin jetzt ja einfach, ähm, einfach mal durch. Ey, meinst du, das reicht von der Zeit her? Wir müssen bestimmt wieder irgendeinen Knopf drücken. Gottverdammt. Oh, nein. Das ist so gemacht. Alter, du musst die töten. Es ist so gemacht. Okay. Oh, meinst du, du kannst die gar nicht anbieten. Anscheinend, ja, so viel Munition hätten wir auch gar nicht gehabt. Deswegen hat man es wahrscheinlich auch überlebt. Hm, das weiß ich nicht. Toll. Geiles Kapitel. So eine coole Sache, ja? Wir speichern das jetzt. Pass auf. Voll geil. Wir beschreiben jetzt hier mal irgendwas. Ja, ja, annehmen. So, und dann würde ich mal sagen, wenn er es gespeichert hat, ja? Jetzt hat er gespeichert. So, zurück. Nächstes Kapitel. Du bist dran. Oh, nein. Voll gut, Mann. Ja. Ey, das fängt ja schon wieder bitter an, ne? Ging aber jetzt recht schnell. Ja. Hallo, ich habe ja auch nicht spiel. War ein Spaß, aber guck mal, ey, das wäre das letzte Mal, wäre das ein Schiss gewesen, noch diese zwei Meter zu laufen. Stimmt, ja. Egal. Das hätten wir noch machen. Rain, total. Rain. Schöner Ladebalken. Ja, wir brauchen, guck mal, erster Hilfe kommt, wer heilt dich. Nein. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir einen finden. Wir haben welche, wo auch noch Spritze in den Stecken. Da könnten wir auch mal rangehen. Stimmt. Wo waren das eigentlich? Wo haben wir die, wo haben wir die denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nichts, was mit Inventar gezeigt. Aber wir sammeln alles irgendwelche Sachen auf, ja? und, äh, und, äh, Wollen wir mal schnell gucken. Ja, klar. Ja, wir haben hier noch irgendwelche Tasten da auf der Seite. Erstmal warten. Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Archiv, nein. Nee, irgendwo muss es doch einen Schnellzugriff geben, ne? Oh. Was machst du denn? Hör mal auf, auf CR zu drücken. Na, alles klar. Schau mal, machst du schon wieder? Könntest du mal die Taste hier oben loslassen? Mach mal da irgendwas Richtiges. Nee, ich weiß nicht, wie das in dem K ist. So, das sieht ja schon besser aus. Wo hast du auch wieder drückt? R3. Okay. Oh. Besser 0. Irgendwelche Spritzen einstecken unten da vielleicht? Das ist eine Ersilverkoppe. Das wäre dann mal eine Idee. Müssen wir die irgendwie mit irgendwas zusammensetzen? Handpolfen. Ja, ist ja erstmal egal. So, zack. Und nochmal. Wir sind, äh, die Demensanzeige ist nicht ganz oben bisher. Ja, ich hab's halt ein bisschen aufgeladen. Ich glaub, wenn wir... Wir haben noch eine, oder? Rein damit, komm. Dann können wir wieder neue Sachen aufheben, sonst müssen wir wieder alles liegen lassen. Das ist ja auch scheiße. Wir haben ja schon zwei liegen lassen. Wo haben denn die eigentlich? Naja, also, wer dieses Spiel gekauft hat, ja, äh, an Day One, ja, und wer die Day One Edition hat, der sollte doch mal reingucken in das Spiel. Oh. Du hast nicht viel Schuss. Du hast eine, das ist eine Doppelschrotflinte. Ja, man kriegt, äh, ab Kapitel 3 kriegt man dann die Schrotflinte hinzu und so ein paar kleine Sachen, so wie hier, äh, Erste-Hilfe-Kasten und so weiter. Ach, können wir legen? Ja. Ja, dann legen sie doch mal. Dann können wir ja auch die Spritzen nach unten legen. Die haben wir ja nicht mehr. Ja, ist ja egal, aber könnten wir. Und Brandbolzen, genau. Dann kriegt man so eine Erstausstattung praktisch dafür. Also, äh, schaut mal in die, in die Hülle rein und dann gebt den Code ein bei PSN, dann funktioniert das auch. So. Ja, die ist auch... So, machen wir die Waffe weg. Die ist auch, glaube ich, einmalig hier drin in dem Spiel. Ja, es gibt nur eine Schrotflinte, aber das ist eine Doppelschrotflinte. Das heißt, die macht mehr Schaden. Ja, ob man die später irgendwann noch findet oder ob die reingepatcht wird, weiß ich nicht. Ja. Das ist auch nur gelesen. Nirgendwo war es drinnen. Aber ich weiß, hörst du das, Alter? Alter. Ja. Verlicht was? Guck mal, fackelt die an, genau. Gleich richtig. Kennen wir ja schon. Von dem anderen Scheiß, den wir hatten. Ja, da sind die aufgestanden. Ja, war sinnvoll, oder lassen wir die kaputt machen? Oder... Ja, die werden hundertprozentig jetzt aufgestanden. Die haben ja noch ein bisschen gequietscht. Die haben ja noch ein paar Geräusche immer. Halt's Maul, Mann. Scheiße. Meine Rede. Alter. Also das ist aber zu hundertprozentig fast Resident Evil durchgesetzt, ja. Weil bei Resident Evil hat man auch immer die Probleme mit der Munition gehabt, ja. Man hat nie welche gehabt. Immer dasselbe. Und hier ist es genauso. Mit deinem Spiegel am Start. Irgendwo. Naja, wir brauchen ja ein bisschen Equipment. Ja, ja. Gucken wir mal, ob wir hier was finden. Guck mal, da liegt was. Rechts. Ja, toll, eine Flasche. Ja, hier auch. Also die Flaschen sind zum Ablenken da, ja. Ja. Nicht zum Draufklatschen. Achtung. Wo kam das denn her? Eine Falle. Aber warum hat die so ausgelöst? Ich weiß es nicht. Ich bin dran. Nicht diskutieren. Vorbei schleichen. Dann den musst du schleichen. Oh, du lebst sogar noch. Ja, war nicht dicht genug dran. Dann weiter. Echt dreckig, oder? Sag mal ehrlich. Na endlich, Hirnsaft. Wie viel? Oh. Oh, 6.500er war das gerade. Alter. Gut gesammelt. Ja, wir konnten das letzte Mal. Glaub ich nicht. Da oben, guck mal, Achtung, Falle. Ja, ja, in dem kannst du nur schleichen. Hammerhart. Nein! Alter. Hast du es verstanden? Wo der grüne Bereich ist, anhalten wahrscheinlich, ja? Ja, welche Taste war es? X wahrscheinlich. Ist doch scheißegal. Also diese Bomben, diese komischen Zeitzünderbomben, da, Nährungsbomben, musst du schleichen. Also das, äh, dieselbe Variante hatten wir damals bei dem Spiel Saw auch gehabt. Ja, da war alles auch so gewesen. Da musstest du praktisch, wenn du die Tür aufgemacht hast, da kam irgendwo oben, äh, drück das und das und das, ja? Und wenn das nicht, ist die Schrotflinte an der Tür losgegangen und hat dir praktisch einen Schädel zu hauen. Aber da drin war schon mal ganz gut. Da haben wir ein paar Sachen gefunden. Da waren auch, glaube ich, noch Munition oder sowas. Oh. Ja, es ist nur eine Flasche, was da rumliegt. Scheiß auf die Flasche. Viele Flaschen. Okay. Ganz viel Spaß. Ja, ja, ich guck mal, ob hat die Taste schleichen war hier. So, hier war... Hier war nix, ne? Und da ist eine Tür. Jetzt wieder raus. Ja. Ja, bin ich ja froh, dass du verweckt bist. Wieder ein Kartenfragment. Gut. Was gibt hier? Also, ich hab mir sagen lassen, wir sollen das lesen. Ich hab die Ausrede. Ich hab keine Brille auf. Ich auch nicht. Ich möchte nicht lesen. So, fertig. Ja. Ich hab mir schon überlegt gehabt, ja, fürs Lesen, ob ich vom Kronk das Video so auseinanderschneide und von ihm den Ton, wie er es vorliest, einfach hier einblenden lasse. Ja, das könnte man machen. Das sagst du so einfach, ja. Das könnte man machen. Was das für eine frühe Arbeit ist. Das ist ja dann dein Problem. Du schneidest. Ja. Erstmal werden wir uns hier skillen, wie kein anderer. Ja. Jetzt. Wann sind wir schon wieder hier eingesperrt? Nee, oder? Nee, geht's mir nicht. warum läuft denn da so langsam durch die türen geht es ihnen nicht gut warum ist es zu es war es jetzt mal nicht so aber egal irgendwann schließen vielleicht mal die türen zu bei nachtruhe oder so ja ein scheiß dreck wann haben wir hier mal am tag nicht viel wir brauchen wir brauchen mehr zum aufheben also spritzen wäre schon eigentlich mal sind sinnvoll aber vielleicht mehr platz wäre vielleicht auch geile können wir einsammeln das war aber hier irgendwo oder ich glaube schon oder vielleicht ohne fitness so maximale sprintdauer nahkampf also wir nehmen hier unten mal also ich finde wir sollten schon ein paar Prozent aber theoretisch müsste es doch auch was geben für so ein wie so ein Bankplatz keine Ahnung warum muss das geben wenn alles voll ist so was wollen wir noch machen Feuerrate hoch oder da ist vom revolver jetzt ach guck mal hier kann ich noch ähm wo kann ich wo kann ich hier zur seite hier ich kann doch bestimmt die waffe auswählen irgendwo ja vielleicht im steuerkreuz schau mal hier rein ne gewinnen schadens nur liebikator wäre vielleicht nicht schlecht ja aber wir wollen ja wenn dann mit der schrotflinte weiterspielen oder L.S. Guck mal werfer auswählen L.S. L.S. und? linkes steuerkreuz und? 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 mh das zeigt es mir ja da auch an er will nicht kann ich da oben irgendwo ran? ne auch nicht ist schon bescheuert gemacht gell ja ok aber hier kann man guck mal hier kann man die abkürzung nehmen ja hier oben trotzdem ärgerlich der revolver ist eigentlich äh eigentlich Latte komm wir machen aber mal weiter wir nehmen mal die Feuerrate hoch wa? nja warum net warum net schadensmultiplikator wäre vielleicht nicht schlecht können wir net können wir erst mal reingehen äh wär geil wenn hier drin noch was liegen würde ein bisschen für uns abspeichern wollen wir nicht wo rennt er nochmal? hier ich muss auch ich muss immer wieder gucken wo der rennt also L1 gell? naja das schleichen auf R1 das ist schon ein bisschen aber le wieder dasselbe Feder schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich ok jetzt nehmen wir uns mal die Fallen vor was lacken hier? nix es war nur vom Spiegel noch ja? ja ja ok ok ich würde das Licht weg nehmen ich weiß nicht wenn die das sehen was war denn das für ein Geräusch? vielleicht bist du irgendwo dagegen gerannt also jetzt müsste ich ja eigentlich dahin gehen können ja schleichen haben sie gerade gestanden mit schleichen kommt man in diesen gerannt ok wir müssen diesen scheiß Bereich treffen hm ich leb noch man ich lebe noch zumindest hast du eine überlebt das ist gar nicht mal dreht der weiter und ich muss dann irgendwann reindrücken dann würde ich mal eine nee du musst es früh genug drücken ja aber dreht der noch eine Runde oder nicht? oder dreht der nur ich denke der dreht dauerhaft ja dann würde ich doch einfach mal eine Runde abwarten dann demnächst also wir gucken einfach mal gleich immer wir durchsuchen den Raum gleich also wenn wir drauf gehen dann können wir das gerade nochmal machen jetzt habe ich natürlich nicht gespeichert was wir hier gemacht haben also Leute es geht keine zweite Runde ja? hast du nicht? ne ehrliche hast du gerade gesehen der Peter? ich hab gar nicht ich hab nicht gedrückt ja der ging von alleine es ist einfach stehen geblieben oben du hast praktisch diese diese Sekunde ey das Hardcore man es kann nicht sein dass wir hier alles verrecken können wenn du eine Tür auftrittst ja dann müsste man auch irgendwie auftreten können wollen wir gleich mal machen das ist keine Umwege mehr jetzt haben wir die Skillung nicht oder? werden wir gleich sehen wenn wir die eine Sache aufheben ja ich will ja auftreten der dreht hier nicht auf der ist wie so ne Pussy der macht die ganz vorsichtig auf also wir gehen mal gleich hier an diese verdammten Fallen ran guck mal da hinten ist auch ein Schrank ich will das jetzt packen einfach ah was ist da? warum ist denn hier eigentlich ein Schrank zum verstecken? ich will das einfach nur zum aufmachen ne ist zum verstecken das heißt hier passiert noch irgendwas naja wir müssen nochmal skillen das machen wir dann im Nachhinein wenn wir hier alles haben pass auf da ist noch ne Bombe gell? ja aber an der Seite ich bin noch Kilometer weit von der weg oben wird bestimmt ne ganz bittere Geschichte aber die überlebst du ja jetzt auch wenn es nicht wird das seh ich auch so es sei denn es kommt noch eine da haben wir keine Munition denk dran tu die lieber wieder weg aber wir haben überhaupt keine Munition? nein wie packe ich ihn hier weg? mit Kasten mit nem Kasten? Kasten war falsch oder Kreis? was denn jetzt? mach mal Kreis so komm wir schleichen mal ein bisschen voran ich muss mal gucken ob irgendwo ne Bombe noch ist siehst du was? ne ich sehe auch nichts blöden Flaschen ey ja die Frage ist wofür brauchen wir die anderen? um abzulenken guck mal da ist man was will ich denn ablenken? oh ich kann mich schon da im Bett verstecken wo da ist warum sollten wir uns verstecken? hm kommt da einer? nö wenn doch hat er uns jetzt deswegen kommen die jetzt rein oder nicht? ähm oder muss ich erst an die Tür? komm ich geh erst mal an die Tür oh man die fucken ja auch man dann sehen wir nix und? alter ich bin keiner von denen ich bin Doktor Marcelo Jimenez sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen richtig? ja wir haben mit Glück überlebt haben sie noch jemanden gesehen? meinen Patienten Leslie ich habe ihn vorlaufen sehen aber aber? kommen sie hier lang aber bitte leise da sind wir ja gleich den richtigen Weg sehen sie selber diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt du scheiße die sind hier überall kommen wir jetzt sogar mit Spitzhaken leck mich einmal es sind so viele um sich durchzuschießen einer von uns könnte sie weglocken während der andere das Tor öffnet sie sind der mit der Waffe wenn sie meinen hm ja aber das das klingt eher so nach einer richtig fetten Aufgabe würde ich sagen also wir machen hier einen kleinen Cut rein wenn euch die Folge gefallen hat dann bitte abonniert uns bitte einen Daumen nach oben ja oben links in der Ecke kommt und abonniert ach abscheidliches Ding da ist eine Kurbel auf der Terrasse sie müssen sie betätigen damit ich durch kann warte mal wo sind wir hin? der hat nur gesagt wir müssen die Kurbel betätigen ja das machen wir erst in der nächsten Folge genau Daumen nach oben in diesem Sinne haut der Rinne ciao ciao Tschüss Tschüss